dass das jetzt wieder funktioniert Profil So ist es nicht offline Wurde er mich verarschen? Ah So, dann wollen wir doch mal auf, dass das wieder funktioniert Ed? Ich frag nicht Video-Bitrate war wohl ein wenig niedrig Aber wenn ich das hier grad so sehe, ist das immer noch Was soll denn der Scheiß? Oder? Ja ich merk's grad, das leckt immer noch wie Sau